Der Cupra Fomentor verfügt über eine Vielzahl von teilweise optionalen Assistenzsystemen. Im Infotainment-System zeigt das Fahrzeug die vorhandenen Systeme an. Hier lassen sie sich darüber hinaus natürlich auch D- und aktivieren. Die automatische Distanzregelung ACC hält eine vom Fahrer eingestellte Geschwindigkeit konstant. Wenn sich das Fahrzeug einem vorausfahrenden Fahrzeug nähert, erfasst ACC dies und passt den Abstand in Abhängigkeit zur Geschwindigkeit automatisch an und hält den vom Fahrer eingestellten Abstand. Der Travel Assist hält den Cupra Fomentor aktiv in der Spur, erkennt Verkehrsschilder und passt die Geschwindigkeit an den Verkehrsfluss an. Der Emergency Assist erkennt, wenn der Fahrer nicht mehr selbst reagieren kann und übernimmt die Kontrolle. Die Warnblinker werden aktiviert, das Fahrzeug hält die Spur, stoppt sanft und setzt eigenständig einen Notruf ab. Beim Exit Assist erfolgt eine Warnung per Ton und Lichtsignal im Ambilight der Tür, wenn beim Öffnen ein herannahendes Hindernis erkannt wird. Der Spurwechselassistent Side Assist hilft dabei, den Verkehr im Heckbereich des Fahrzeugs zu erkennen. Du willst mehr Informationen zu deinem Fahrzeug? In den weiteren Videos dieser Serie helfen wir dir, dein Fahrzeug noch besser kennenzulernen.